So, heute für euch im Test die Symphonie in Grün. Weiter geht es hier mit der FKW-Serie. Ebenfalls 10 Schuss. Genau, schön saftig hier, ne? Genau. Duro Web gesponsert. Jawoll. Nice. Ja. Da möchte ich auch mal gern reinlunzen. Oh ja. So, ich bleib wieder hier stehen, ne? Nulls. Nice. Ja, das war wirklich eine Symphonie in Grün, ne? Ja, da bist du direkt wieder in diesem Herbstfeuerwerksfeeling. Es ist einfach nur geil. Ja, da hinten kurbelt jemand, aber macht ja nichts. Und was fehlt noch? . . . . Jaaa!